herzlich willkommen hier auf kraft ich bin hier gerade gejoint und ja schauen wir mal das gibt es ja gar nicht schauen wir den server mal an was ist denn hier das sind ja wieder also überhaupt scheint es keine zu geben ja Bulding Game Bulding Game das Bauspiel hier muss man was bauen und wie funktioniert das wahrscheinlich muss man ah ich verstehe in diesen einzelnen äh separaten ähm wie sagt man Räume muss man etwas bauen und dann wird man nominiert also ja also es ist ein interessanter server etwas bauen spielen wir doch mal schnell eine Runde vielleicht kann ich ja gewinnen ich weiß zwar nicht wie man das erfährt ja äh aber ich war ja auch fly wie die Einstellungen hier genau sind das weiß ich nicht ich weiß auch nicht wie man erfährt ob man gewonnen hat oder wie bauen wir mal ein schönes aus und vielleicht vielleicht gewinne ich ja wo ich nicht genau weiß wie dieses Spiel eigentlich funktioniert so äh da kommt also diese Löcher stören mich irgendwie aber haben wir ein klein ein kleines Haus so 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 ah blitzen machen wir es so ah sieht doch schon mal ganz nett aus machen wir hier ich habe diesen server eben zufällig gefunden dachte mir eben stell ihn mal vor leider ist der chef nicht ein sonst könnt ihr auch etwas sagen so so eins zwei so so dürfte ein ganz witziges Spiel sein aber es könnte jetzt ein ähnliches Spiel sein wie ähm diese Bauwettbewerbe aber ich habe eigentlich keine Ahnung wie das gewertet wird so aber ich finde solche Spiele ganz witzig so 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 wie geht es nur weiter ähm ja so wie geht es nur weiter aber dieses Spiel Spiel was ich da eben gerade gesehen hatte man das gefällt mir schon also Leute joint doch einfach mal im Server und schaut euch das an so der admin ist sicher sehr nett und ja äh ich werde noch schauen vielleicht finde ich noch was es hier sonst noch gibt also war das habe ich zwar keine gefunden aber vielleicht gibt es hier Portale oder vielleicht kommt jetzt dann ein admin online ähm den ich fragen kann ein bisschen wie das so ist so ich habe keine Ahnung ob das vorgeschrieben ist wie groß ein Haus oder ein Bauwerk sein muss oder ob das egal ist das könnte ich eigentlich nicht sagen vielleicht kann man es irgendwo bewerten lassen keine Ahnung äh achso ja es gibt den Schalter Bauwerk ist fertig oder so irgendwie genau da drüben ist der Schalter wenn ich fertig gebaut habe dann muss ich klicken ach hier habe ich noch was vergessen ups ich denke mal um Schnelligkeit wird es sicher nicht gehen dann fackl 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 jetzt bewerten na sieht doch schön aus man könnte auch noch ganz kurz Sträucher in der Hecke setzen, keine Ahnung mehr Tasten, Tasten Tasten so ja wer kommt denn Admin online wie gesagt so aber ein bisschen vielleicht zu nah hinten an der Maul dazu gebaut oder wie egal also möglich ist es ja so 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 ja ähm tak let's tak oh vergessen so 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 Ah, ja, du musst mir das weg. ach so jetzt habe ich ja schon gewertet na egal das ist ja nur die hecke ist nicht zu wichtig so sieht doch nett aus das kann man doch noch machen keine ahnung ja also ich weiß nicht muss ich noch ein Schild schreiben oder wie was soll ich schreiben oder reich reich ich glaube das registriert automatisch wenn ich klickt dann wird sowieso angezeigt welcher user wo was gebaut hat vielleicht bauen noch andere auch noch hier ist auch ein Bauwerk schauen wir mal wo es da steht geld sparen also finde ich mein Bauwerk schöner Feuer ausmachen warum bringt das was haben wir hier für Gebäude anderes Wort für Schriftrolle anderes Wort für Schriftrolle ich glaube das Spiel habe ich nicht ganz verstanden anderes Wort für Schriftrolle Pergament oder wie wie heißt denn das zusammengerollte Ding anderes Wort für Schriftrolle keine Ahnung ich habe gedacht hier geht das um so einen Bauwettbewerb ist hier noch irgendwo was gebaut ist jetzt bling der Ordner hätte vielleicht eine Beschreibung dazu legen sollen wie der Spiegel funktioniert keine Ahnung was das ist hier ist auch noch etwas gebaut hier ist ein Schild das sind die das sind die was das sind die das ist aus wie ein M was haben wir hier schönes wir sehen ob er ein Schild hier ist ein Schild Fans verstehe ich nicht Fans was haben wir noch was haben wir noch hier wo ein Schild hier ist kein Schild das ist ein Schild das ist ein Schild nettes spiel wahrscheinlich gibt es hier sonst nichts hier ist noch irgendwas schon keine ahnung was das ist ja das war es soweit vom server ich verabschiede mich tschüss